hey ja und mein name ist ein europäer zurück zuletzt bei dragonball z kk hat ja in der letzten folge haben wir einige probleme hier im spiel gehabt und zwar einmal hat sich vegeta barbie die hier ja dahinten da dabei ist noch ein begeht hat seinen feinen willen aufgegeben mehr oder weniger und ja hat sich von barbie kontrollieren lassen und ja dann sieht man schon marion wo wurde wieder weg und ja ja haben ein paar probleme weil er anscheinend ganz schön stark ist er da aber einfach gewonnen schottet und ja okay und ja mal gucken wir gehen jetzt so machen und machen den platz aber erst mal gucken wie es da aber geht ja ich glaube der ist kaputt schon mit dem klarkommen ich meine alles andere haben wir bisher auch hier geschafft als wert nix also manche buch kann ja nicht so stark sein oder aber ja da kann man ja direkt im kampf rein alles klar ziemlich hat einer höher als ich mich auch ein paar neue attacken und so soll schon eingesetzt alle aber wieso gehst du nicht standardmäßig super zeiten zwei mal ganz ehrlich ein gemein wird gute idee naja irgendwie besser weil er geht dazu und werfen sich die angreife und gott ok überholst nicht getroffen jetzt habe ich mich durchgeladen naja jetzt habe ich getroffen ehrlich ja von der entfernung habe ich dich pass auf ja ich wusste da kommt ich muss weil er nicht darauf hat ich habe noch nicht gesehen nehmen spiel aber wusste da diese explosion irgendwie drauf man hätte er immer drauf jetzt war es stärkste echt jahr kommen und schwächkeitsgrad her als andere war noch voll einfach jetzt bin ich einer blöder was jetzt ja mal da ja gut gemacht kaioschen wir sind selbst was ja und ja sie erst sei schon tatsächlich hat ich habe noch eine frasse bekommen was von hier immer noch ein bisschen was ist ja ja stimmt ja stimmt haben wir sagen guten und trunks nicht irgendwie kaputt gemacht jetzt pikul danach regeneriert obwohl ein tausend stücke zerfallen ist stich sollte man nicht mann da noch so was ich war was was machin wer könnte lassen sei nur wenige minuten zuvor okay ich wollte schon sagen Bezita und悟空 sind die Wege gegen das Ende des Bezittra. Sie sind, das zu Ende des Bezittra und das Bezittra zu tun. Ganz im Ende, die beiden sind plötzlich, als ein großartiger Schmarrer zu erleben. Die Schmarrer-Schein-Kinsel ist ein Schmarrer-Kimme im Herzen. Untertitelung des ZDF, 2020 war die angewohnheit dafür zu sagen dass die gegner irgendwie stärker werden also wäre perfekte form erreichen erweckt werden und ja das war so ein super zwei ist jetzt für vegeta verfügbar ja eigentlich klar aber man wollte jetzt noch mal machen charaktere mein gott ich möchte die super seite in zwei freundungen ich will ich ja kann in dieser geschichte nicht benutzt werden okay irgendetwas hier noch hoch okay aber ich habe jetzt eine neue ding und dann retten wir mal die welt nachdem wir sie ins chaos geritten haben wenn wir diesen ton noch kaputt machen ganz wichtig jans wie ich keine echte aus und ich hatte gedacht dieser der turm war keine echte herausforderung durch jetzt nicht gewährt was Ich bin der Welt. Ich bin der Welt. Was ist das? Was ist das? Be-Be-Begeta. Du? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du hast auch gut gemacht. Du hast auch gut gemacht. Du hast keine Ahnung. Ich will... Ich will... Ich will... Dann ist das ein Scheiß? Was ist das? Das stimmt. Du hast keine Ahnung. Das stimmt. Du hast auch größtt. Du hast dich Aggress.. Ich hab mich nicht nur aufgewertet. Du hast alle geheißen. weg fd ist einfach schon zweifacher ok der magieta ist klug das geht schon direkt zweifache super zeiten restant wird auch ein manchen er hat noch getroffen wird ausgerichtet ich wollte ausweichen ich glaube ja ja naja schon wieder was wollte mich gerade verwandeln du hast mich verwandelt habe ich nicht bewegen oh gott noch mal ja und noch mal weiß kann geblockt da bist du nahe nimm das nimm das nichts dieser abgut weiter war weil du willst immer noch an dem das gibt es nur 69 immer höher ja man kann man natürlich nicht zeigen wir den zwei helfen geteilt wurde ok gut gemacht piccolo look at the theme of the perhaps so .. what .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ich bin nicht so, dass du dich nicht so weit weg kannst. Du bist auf jeden Fall, woher du dich anst. Du bist auf jeden Fall und mich. Ich bin nicht so, dass du dich anst. Ich werde auch die 3 Leute kämpfen, wenn du dich anst. Tramix, du hast du dich anst. Du hast nicht so, als du so, dass du dich anst. Ich bin nicht so, dass du dich anst. Du bist so, dass du dich anst. Ja? Papa! Ah... Ah... N... N-n-n-n-n-n-da-ya, Papa! Ja-met-e-yo, ha-zuzka-sii-yo! ... ... ... ... are ... ... ... ... ... ... amp ... Nupf! Bf! Bf. Bf! 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 Das ist nicht so. Du hast nicht verletzt. Du hast keine Menschen, die sich nicht verletzt. Wenn du sterben, dann wird dein Leben nicht verletzt, und dein Geist wird auch in den anderen Welt verletzt. Das stimmt. Das ist ein Schmerz. Du bist gut. Geh, bitte. Das war's für heute. ja ich glaube das ist der plan Das ist alles, was ich mit einer Flüssigkeit zu spüren. Bis zum nächsten Mal, Blue, Trax, und Kakarot. sehr teilgetreu wie aus der serie ja wohl stimmt da habe ich ganz vergessen du bleibst du bist so schwach ich bin mal piccolo mal wieder ich nehmt bald es ist ein lieberes format Ah, 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 ah. Bar-Body? Ich bin noch nicht mehr, aber ich werde es noch nicht mehr verletzen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? öfters einmal Ja, gut, Magin-Bü! Das緑 mit zwei Schäden... 絶対 nicht verraten! Ich werde die Gefühle und Magin-Bü! soll ich so wie sie zu kenne klingt überhaupt nicht gut wir leben doch hier man das ist vom roten und schwank zu fallen so einen schock was mit son goko er ist auch noch ein bruder wir haben den vergessen weg hat er unerwartet die helden gibt und versucht seine freunds rennen opfert sich um manchen gut zu vernichten sind seine bemühungen umsonst die pinke bedrohung entkommt und verletzt das kurs gruselig und pink ja sehr gut wie hat aber umgesetzt haben der szene emotional zum moment in dragon ball seit während dessen wie lange habe ich geschlafen der haupt hat das wieder auf den beinen und kann wieder zeugs machen gehört okay okay ich muss ja ja mal gucken erst mal das wird jetzt natürlich ein bisschen nervig sein leute was geht ja warum ist mein sohn tot irgendwie nicht ich habe noch einen heiligen schein im kopf also seine wund von denn der heil und vermirkt sich dann bei krillin und den anderen über die situation muss ich mit seinen kalkulationen noch mal hier so ein bisschen auseinandersetzen ich dachte ihr so stark so schwach so ... Das ist aber... Ich kann es nicht so gut sein. So... 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 Das ist doch... Wenn ich nur Bezieta oder Bezieta war, dann hätte ich noch nicht gewonnen. Nein, ich glaube, es ist nicht möglich. Das war nicht so, was ich. unsere letzte hoffnung es dort ist man ein bisschen ist ein magin bruto tat er geht an immer auf teilte wir sind aber auch beide sehr schwach im vergleich zu son go go wie geht und so gut wie geht er und so an mein gott das ist Wenn man sich nicht verletzt, wenn man sich mit Drakon-Bohlen und Drakon-Bohlen kann, dann kann man sich wieder zurückkommen. Was ist das? Es hat sich schnell angefangen. Was ist das? 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 Das ist das, dass die Drakon-Bohlen und Drakon-Bohlen ist. Der Grund ist noch nicht weiß. Was ist das für Schindlund? Das ist das. Begeeta hat viele Menschen in der Juden-Bohlen-Bohlen. Das ist das, dass wir das leben. Es ist nicht so. Wenn Sie jetzt drei Jahre lang aufwenden, dann ist es nur noch ein Jahr später. ich habe es vergessen Was macht er denn? Ist auch sehr lange. Wenn du erst mal warten soll, müsst ihr wissen, was los ist. In der Zeit hätte Vegeta wieder ein paar Leute töten können. Ich dachte, alle, die Vegeta getötet hat, was genau an die sich gewünscht hat. Ja, genau. Wir leben. Mr Kaio-Chin, Mr Kaio-Chin. Es ist gut. Wir waren mitbekommen. Gibito, was das passiert? Du bist... Ich habe wirklich niemals hattet. Das war's für mich. Ich habe noch nicht geholfen. Ja, aber ich habe auch noch nicht geholfen. So, das ist das. Komm schon mit euch, bitte! Was ist das? Ich werde mich wirklich nicht verletzen, Son Gohan. so Ja, das ist das. Los geht's, wir werden sterben. Ja, ja, ja. Hm? Ah? Was ist das? Was ist das? Das ist der Geist des Geist des Geist des Geist des Geist. Das ist der Geist des Geist des Geist des Geist. Das ist der Geist des 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 Ge das sind wir wieder klamotten die ich komisch fand aber ich habe sogar hier bewegen jetzt der gegner umfliegen dann wäre ganz schön doof das wird irgendwie nicht viel sinn machen ich mag ja was alle kleidung irgendwie die nicht irgendwie alle anderen fans der serie mögen aber die kleidung fand ich schon immer ein bisschen merkwürdig ist glaube ich die farbkombination goku black der hat ja auch so ähnliche klamotten ja eigentlich nicht aber sagen wir so was bleibt immer so passt den seine fahrt kombi so war besser so schwarz schwarz weiß ich glaube ein bisschen grün mal auch beine so ich nehme an ich kann ja nichts machen das legendäre selbst wert wenn sie habe ich der gegenstand in der welt von welchen wollen selbst ein schwer hat ein sehr schwer ich kann mich was das ist bestimmten hammer wohl mal lass mich in ruhe ich bin gerade auf einem vollkommen anderen planeten ja ich könnte jetzt die ganzen sachen wir einen sammler lassen wir jetzt mal ich bin sogar gelandet und dann ich bin ich bin ich bin Ich habe keine Ahnung, dass ich das Schmutz des Z-Sord habe. Was ich nicht? Ich habe das Gefühl, dass ich so etwas wie früher. Das... 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 Das Z-Sord, wenn ich das Schmutz des Z-Sords habe, dann wird es so, wie es das Schmutz des Z-Sords ist? Ich habe es erzählt, dass ich das Schmutz des Z-Sords habe. Das ist, dass ich das Schmutz des Z-Sords habe. Eeeh? Das ist wirklich? Das heißt, man kann sehr gut sein. Es ist so schwer. Ich habe mich überrascht, aber ich werde dir nicht überrascht. Kibito, schau mal an. Na, Gohan-san. Schau mal an. Ja. Hm? Un... Une, une, une... عaaa! ダメだ. Hm! Oh-oh-oh-schi... Very congratulations! Super-sanier-people? Ja, vielleicht zweifacher zu bezeiten. Sehr schön, jetzt habe ich ein Schwert, es war ein sehr wenig Erfahrungsboote, damit kann ich jetzt mal den boot zerteilen, damit er sich wieder regenerieren kann, was ich kann in tausende stücke zerteilen, damit er sich wieder regenerieren kann, warte. Das ist dann jetzt schon wieder. Jetzt tut man einfach mit du übersetzen. Und das ist ein Schmerz. Und das ist ein Schmerz. Was ist das? Kannst du sehen? Du bist? 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 Ich bin mir jetzt schon so, dass du dich in die Zeit hast, und du bist, da sie drei Leute zu finden. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich will euch ein wenig, Maginv. Wenn diese drei Leute nicht kommen, dann wird es nicht so gut. Ich werde euch ein wenig, ein wenig教en. Komm, mach es, Maginv. Hey! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR sich ja 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 das ist ein bisschen die eilende miss miss gesehscher das konto das sind vier monaten es ist es ist es ist es ist es ist Ah, da sonst! Woah, der war der correcting. Komm her, du hast recht. Wenn du wieder aufgericht, deinen Geist auf dich erinnert. Es ist gut, was du zu tun? Ah! Das ist schon mal ganz toll. zurück und fertig Ja alles klar da will ich mich wohl im schlapp darauf verkündet den erdbevölkerung sein vorhaben song gehören im land der kreis sowie zum guten und zwangs auf der erde breiten sich auf den kampf gegen den mächtigen matchen vor währenddessen und zum goku und versucht sein bestes alles klar aber ich freue mich und jetzt kommt noch einer meiner lieblingsszenen in der serie momente sag ich mach ich kann ja noch ein paar finden das war und ich wusste dass hier ist der ort hier das bitte das keine ok sei da kaufen gut habe ich sagen ich bin ein paar tier in der nächsten folge sehen uns dann wieder wenn sich song google stellt und hoffentlich nicht voll auf die fräse bekommt gut in dem sinne sage ich dankeschön für zuschauer ich hoffe ich hatte weil wenn ihr ein verlassen bitte ein like ein ab oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge